Weihnachten mit Joachim Ringelnatz Zu einem Geschenk Ich wollte dir was dezidieren, nein schenken, was nicht zu viel kostet. Aber was aus Blech ist, rostet. Und die Messinggegenstände oxidieren. Und was kosten soll es eben doch. Denn aus Mühe mache ich extra noch, was hinzu auch kleine Witze. Wäre bei dem, was ich besitze, etwas Altertümliches dabei. Doch was nützt dir eine Lanzenspitze? An dem Bierkrug sind die beiden Löwenköpfe schon in zwei. Und den Buddha, den mag ich selber leiden. Und du sammelst keine Schmetterlinge, die mein Freund aus China mitgebracht. Nein, das Sofa und so große Dinge kommen überhaupt nicht in Betracht. Außerdem gehören sie nicht mir. Ach, ich habe die ganze letzte Nacht rumgegrübelt, was ich dir geben könnte. Schlief deshalb nur eine, allerhöchstens zwei von sieben Stunden. Und zum Schluss habe ich doch nur dies kleine, lumpige, beschissene Ding gefunden. Aber gern habe ich für dich gewacht, was ich nicht vermochte. Tu du's, drücke du nun ein Auge zu und bedenke, dass ich dir fünf Stunden Wache schenke. Lass mich auch in Zukunft nicht in Ruhe. Lass mich auch in Ruhe. Alles mich auch in Ruhe. ��